Deshalb weiß ich, dass wir den Menschen in Griechenland sehr, sehr viel zumuten. Das ist nicht einfach, wenn man schon geringe Mindestlöhne hat und man muss sie noch mal kürzen. Und es ist ja auch so, auch dort ist es so, dass die, die viel Geld haben, das längst im Ausland auf dem Konto haben und treffen, tut es die einfachen Leute. Und deshalb ist das ein harter Weg. Und deshalb sage ich auch, ich habe allergrößte Hochachtung vor dem, was das griechische Parlament jetzt an Maßnahmen beschlossen hat.